hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren angeschaut video heute spirited thief das ganze gibt es bei g round bei game round ihr könnt es euch selbst angucken wenn ihr das möchtet du willst ja new to either turn-based or stealth games or want more relaxed experience i already filmen turn-based ich bin familiar with turn-based würde ich sagen wir haben auch advanced settings aber wir lassen einfach mal alles beim standard should be around here come on sure we aren't lost yeah i'm sure i think hey i found it i found the entrance finally tell me to hurry let's go hey wait for me jeez i can't believe they run ahead again Welp, ich besser gehen. Ein Charakter kann zwei Geräte machen. Dann ist es das Gegenteil. Der erste Geräte ist blau und der zweite Geräte ist gelb. Ich muss da hin? Ich will erst wieder hoch. Da bin ich sicher. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind hier vollen Henchmen. Sie wurden hier weit vor uns. Damn it. Wait, are you alone? Sie sind hier zu sehen. Elash, das sieht aus wie bad news. Vielleicht, vielleicht, wir müssen hier raus. Weil wir hier noch können. No way. Aber wir haben zu hart gearbeitet. Wir müssen zumindest versuchen. Okay, fine. I'll be on the lookout. You and that dummy better be careful. Click to listen. Did we really need to bring all this stuff? Yep. Just following orders here. What about booze? Was that in order to? Maybe. Someday you're gonna get us all fired. Okay. Okay. Okay, selber Text. Nur mal kurz. Nur kurz checken. Okay. Hold right button to move camera. Scroll to zoom. Ich gehe mal davon aus, wir müssen hier rum. Wer im Loot? Was ist das eigentlich? Jetzt will ich gucken. Okay, wir können es uns nicht angucken wirklich. Okay. Click to enter turn. Okay. Er wollte line of sight. Ja, das ist. Okay. Wir müssen irgendwie an ihm ran, denke ich. Weil beide Sachen sind ja abgeschlossen. Thanks for the key. Er kriegt mich so nicht mit. Aber wir haben hier nochmal ein Gart. So, he chickened out. Can't really blame him. I have a bad feeling about this place. Not you too. Don't worry, I won't call quit. Good. So, anything interesting in this crate? Not really. Trying to find a way to cross the pit. The one's over there. We can still get it before them. I'll try to find another way. You do that. Let's hurry. Okay. Screamy, find trouble. Okay, wir haben hier ein Explosives. Ich bin hier rum. Da ist aber auch ein Pit. Der unten scheint es nicht zu sein. Wir können hier halt hin. Wir laufen uns einfach mal dahin. Ich weiß nicht. Okay, select stunning strike. Click to stun. Ich liebe das Spell. Okay, wir haben ihn ausgenockt. Ich liebe das Spell. Okay, wir haben ihn ausgenockt. Das ist die Frage, ob wir sie brauchen. Wahrscheinlich nicht. Könnten sie aber beklauen. Wir können hier durchgehen. Wir können hier durchgehen. Okay, er patrouilliert hoch und runter. Okay, er patrouilliert hoch und runter. Okay. 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 Okay, wir haben nicht alles gelootet. Das Level war cool. Auf zum nächsten würde ich sagen. Ein paar Jahre später. Es scheint, wie Schama wird. Ich glaube, dass sie ihn auf einer anderen Mission aufhören. Leider sind sie auf der letzten Minute. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Thiefs Guild ist nicht so, wie es sich war. Können wir wirklich sie schütten? Ein Schuss ohne Magick und ein Ghosts zusammenzunehmen? Ich möchte nicht mit uns arbeiten. Ein Spirit. Du bist ein Spirit, Trin. Natürlich, was auch immer, Alarsch. Wir haben lange genug erwartet. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche. Entstanden. Let's get work. Ja, sie hat zerfetzt wahrscheinlich mit den Explosives. So wie es aussieht. Ich glaube, das war unsere andere Thuse, die da mit war. Ich glaube, es ist eine Frau gewesen. Magical Burial. Shoot. That's why there is no guard aside. Maybe I can still... Puff. No, we can't. Elijah, stop. You're gonna faint again. I know, I know. I can't even deal with a mere barrier anymore. Well, we need to find the source to this build. Can you handle that? It looks like I'm stuck here. Easy as pie. I just need to find a way to peek inside. Looks like there's a window over there. Don't get caught. Okay. Don't worry too much. I'll be back in a flash. Okay, we'll spielen niemand andern. Scouting ahead. Destroy the barrier source. Okay, wo war jetzt das Fenster, was sie erzählt haben? Okay. There we go. What a nice locked door. It would be a shame if someone teleported on the other side. We're having fun, I see. We can't catch them. Of course, we can't catch them. This one is taking a nap. I hear other guards nearby. Let's make sure I'm not caught. Be mindful of unseen guards footsteps. It means someone moved nearby. Okay. We can see. Er schläft. An alarm door. And it's the only way in. It's no trouble for me, but... A barrier and an alarm? Give me a break. Okay. Hier auf jeden Fall... Einiges. Achso, wir können auch nicht durch die Magical Barrier, aber wir können hier durch. Da ist der Key. Dreht er sich um? Hm? It would be better cause some guards to track them. I'd rather not have them flanking me or Lash. Okay, we can curse them. Okay, some cooldown. Drei Leute können wir cursen. So. So weit, so gut. Müssen wir... Einmal können wir hier durch gucken. Nein. Ich weiß nicht, ob er uns da sieht. Wenn er geht. Nein, tut er nicht. Sehr schön. Da ist ein Sleeping Guard. Oh. There you are, little gem. And this can... That's the barrier source. Let's snuff it out. Okay. Woosh. Die Barrier sind zumindest weg. I wish I could breeze through walls as effortlessly as you do. Yeah, I wish I had had to actually steal anything myself. Then I would ditch you and keep all the gold for me. You jest. But you'd be honest then. You're unstoppable. And that's completed all objects. Click on start. Loop phase at any time. To let Elijah end the level. Okay. Also wir können... Praktisch scouten. Mit dem Geist. Und dann alles nachmachen. Das ist ganz cool. Now let's get our hands on the zonex. Let's go. And of course there's an alarm door. Well, no way unrounded. Things are gonna get a bit messy. Die Sache ist... Danger level 1. Und... No way unflash it. Ich fahre fertig. Also wir brauchen einen grünen Key. Den haben wir hier irgendwo. Ähm... Die Skars blockiert den Weg, lass uns ihm einen guten Händen geben. Das kriege ich hin. Also er läuft jetzt erstmal ne Runde weg, ne? Ich könnte wirklich einen Händen geben. Okay, irgendjemand will sich hinlegen. Okay, wir haben es noch an Cooldown. Wir kommen hier nicht vorbei, ja? Angel Level 2, Gods will wake up next turn. Okay. Können ihm eine rein? What? No! Okay, ich habe gedacht, ich kann ihm noch eine rüberhauen, aber ging nicht. Äh, das wird dumm. Meiner Seite aus. Die wachen gleich auf, ne? Okay, ist hier irgendwas drin? Ne. Okay, wir haben jetzt keinen... Keinen Schlag über. Das war gut. Wir können da hoch. Komm hier in mein Pocket. Let's get out. Escape. Also wir müssen noch raus. Zack. Können wir hier hin. Können auch alles klauen, was wir hier haben. Sache ist, ich sehe ihn jetzt nicht. Okay, aber er dreht sich um. Okay. Er läuft dahin. Das heißt, es macht mich praktisch. Wo ich jetzt stehe, safe. Ich spiele. Wo ich, auf den Kopf fahre. Weil es hier enden. Und ich schaute ihn. Ich spiele dir die Schmerz. Wir sehen uns. Und ich schaute ihn. Die Schmerz, wenn du schlautst, soweit so gut wir müssen nur da hinten rauskommen also er läuft hier hin er läuft dahin und sie gucken sich um aber ich kann hier raus zumindestens mal dem ihn habe ich gar nicht gesehen da kommt einer ich komme hier aber glaube ich rein soweit so gut wir können sie laufen lassen ok aber es ging auch gut ist man sie haben uns gesehen aber wir sind raus alles cool cooles level cooles level auf jeden fall extrem cool aber das soll es erstmal für dieses video gewesen sein sehr cooles game bis jetzt wie gesagt ihr könnt selbst testen bei g-round linke sind unten in der beschreibung auch auf steam erhältlich die demo ja aber mit g-round könnt ihr noch extra punkte verdienen und euch kleine goodies sichern wenn ihr das möchtet oh ich habe einen loop vergessen verdammt ja ansonsten vielleicht sehen wir uns auf twitch das wäre schön wenn ihr reinschaltet und ansonsten geht es auch demnächst hier weiter und secret haben wir auch verpasst wenn ich alles verpasse müssen wir nochmal machen irgendwann ok dann bis zum nächsten mal ciao ciao bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.